Wir nehmen euch mit nach Aubenhausen, egal wo ihr gerade seid, beim dritten Mercedes-Benz Reiterforum live. Diesmal mit Jessica von Bredow-Werdl und Benjamin Werdl und natürlich Moderatorin Annika Hansen. Diskutiert während der Sendung über die Kommentare und freut euch schon jetzt auf spannende Einblicke in das Training und hinter die Kulissen. Live bei Facebook oder direkt vor Ort. Klickt rein am 11. Juni um 20.30 Uhr bei Klippmar Horst TV auf Facebook.